Episode 3 – Entwicklung und Hilfe des Lehrers Durch die weit geöffneten Fenster wehte von Zeit zu Zeit ein leichter Wind und brachte mit sich den heißen Hauch der Mittagshitze. Hier unter dem Dach des vor neugierigen Blicken geschützten Tempels war es angenehm kühl. Die Sonnenstrahlen spielten mit goldenen Reflexen auf durchscheinenden Vorhängen und Seidenvorhängen an den Wänden und füllten den Raum mit weichem, diffusem Licht. Der Mann der Schriften ließ sich auf einer kleinen Bühne nieder, die vor dem geräumigen Raum aufgebaut war, und beantwortete konzentriert die Fragen der Schüler, indem er die komplexen Gesetze des Universums in einfachen und verständlichen Worten interpretierte. Mehrere Dutzend Augen waren auf den Träger der Wahrheit gerichtet. Lieber Lehrer, begann eine der Schülerinnen, eine Frau mittleren Alters mit einem perfekten griechischen Profil, sagen sie mir, sollen wir hier auf der Erde nach Glück suchen? Meine Großmutter ist fast hundert Jahre alt. Und eines Tages fragte ich sie, du lebst schon so lange, aber sag mir, hast du das Glück im Leben gefunden? Sie sagt, ich habe hundert Jahre gelebt, aber kein Glück gefunden. Vielleicht lügen die Leute, und es gibt überhaupt keines. Der Weise hörte sich die Frage an, warf einen aufmerksamen Blick auf alle Anwesenden und sprach zuversichtlich, Wir werden hierher auf die Erde geschickt, um an uns selbst zu arbeiten, und für schwierige Lektionen. Glück wird es in der jenseitigen Welt geben. Dort wird es die höchsten Emotionen geben, die höchsten Zustände, und dort wird Gott ganz nah zu spüren sein. Und hier werden schwierige Lektionen erteilt, sodass wir uns auf der Erde in einem Zustand der Unwissenheit befinden. Wenn wir allwissend wären, gäbe es keine Lektionen. Als der Meister innehielt, hob ein anmutiges, junges Mädchen ihre Hand. Im Gegensatz zu vielen anderen Studenten, trug sie nicht die traditionelle orangefarbene Kleidung, die durch einfache Jeans und eine Bluse ersetzt wurde, und ihre Schultern waren mit einem Schal mit buntem Muster bedeckt. Ich möchte erzählen, was gerade mit mir passiert, begann sie, und der Mann der Schriften nickte anerkennend und ermutigte, sich zu äußern. Als ich anfing, Menschen zu helfen, gefiel es mir sehr, weil es die Menschen glücklich machte, sagte das Mädchen, wählte ihre Worte sorgfältig und versuchte, ihre Gedanken so genau wie möglich auszudrücken. Und kürzlich bot mir eine Bloggerin an, mich darüber zu interviewen. Ich habe zugestimmt, aber in der Live-Sendung hat sie mich auf jede erdenkliche Weise durch den Dreck gezogen, und letztendlich hat sie mich vor den Augen von tausenden Abonnenten erniedrigt. Jetzt denke ich, dass ich überhaupt nicht in der Lage bin, Menschen zu helfen. Das Mädchen verstummte und sah den Mann der Schriften halbfragend an. Und vielleicht sollte ich überhaupt nicht in der Schule sein. Die letzten Worte sprach sie so leise, dass es schwer war, sie zu verstehen. Mir gefällt diese ganze Situation nicht, und ich, um ehrlich zu sein, bin ich schon bereit, aufzugeben. Der Weise sah die Schülerin aufmerksam an, aber in seinen Augen lag nicht einmal ein Hauch von Verurteilung. Durch seinen Blick strömten bedingungslose Liebe, Akzeptanz und Mitgefühl gegenüber dem Mädchen. Ein Mensch gibt oft beim allerersten Hindernis auf, sagte er mit ruhiger, gleichmäßiger Stimme. Aber warum sind wir auf die Erde gekommen? Der Mann der Schriften stellte eine Frage und verstummte, während er geduldig auf die Antwort des Mädchens wartete. Sie dachte darüber nach, ging die potenziellen Antworten in ihrem Kopf durch und Stille legte sich in den Raum. Auch die anderen Schüler dachten nach, was sich in ihren konzentrierten Gesichtern widerspiegelte. Um meine Erfahrungen für die Entwicklung der Seele zu sammeln, sagte das Mädchen schließlich halbfragend. Der Weise nickte anerkennend. Ja, Agatha, lächelte er, wir sind hier, um Erfahrungen zu sammeln und zu lernen. Ein Mensch glaubt aber, dass er, während er noch Analphabet ist, gleich die besten Noten bekommt. Es kann nicht sein. Ein Mensch muss lernen, schlau werden. Wenn wir etwas zum ersten Mal tun, können wir nicht sofort erwarten, dass andere uns applaudieren. Ein Aspekt kommt, eine Situation entsteht und Gott gibt uns Lektionen. Und wenn uns jemand verurteilt, jemand etwas Schlechtes über uns sagt, müssen wir erkennen, dass dies eine weitere Lektion von Gott ist. Und das Wichtigste dabei ist, die richtigen Schlüsse zu ziehen, aus eigenen Erfahrungen zu lernen. Lehrer, was passiert, wenn man aufgibt, was nicht funktioniert hat und etwas anderes beginnt, fragte das Mädchen erneut. Diese Lektion Gottes, muss sie doch bestanden werden? Ja, das stimmt, erwiderte der Weise gewichtig. Es spielt keine Rolle, was man tut. Bei jeder Beschäftigung wird es früher oder später einige Fehler geben. Etwas wird schief gehen, denn dafür sind wir hier, damit es passiert. Zuerst kommt das Trigon, ein guter Aspekt, wenn es einen positiven Einfluss der Planeten gibt. Auf dem Trigon gewinnen wir Kraft, entspannen uns. Ein kluger Mensch nutzt den Trigon, um sich auf die kommenden Schwierigkeiten einzustellen, betet mit aller Kraft und entwickelt sich spirituell. Dann kommt Quadratur, Opposition, negative Aspekte und es entsteht eine schwierige Situation, die schon richtig überwunden, richtig wahrgenommen werden muss. Lehrer, wenn wir zu meiner Situation zurückkehren, ergriff Agatha erneut das Wort. Sagen Sie mir, habe ich das richtig verstanden? Auch wenn ich die Schule verlasse, werden schlimme Situationen nicht aufhören? Das stimmt, antwortete der Weise und sah die Schülerin mit unerschütterlicher Liebe an. Wohin du auch gehst, egal was du tust, Aspekte und schwierige Situationen werden sich wiederholen, noch dazu die gleichen. Weil du diese Lektionen nicht bestanden hast und nicht die notwendigen Schlussfolgerungen gezogen hast. Der Lehrer sprach ohne strengen Ton, machte keine Vorwürfe. Er stellte einfach eine Tatsache fest und enthüllte den tiefen Sinn der menschlichen Existenz auf der Erde. Und diese Situationen, sind sie für alle Menschen unterschiedlich? Fragte ein kleiner, stämmiger Kerl mit Schlitzaugen. Ist das auch kein Zufall? Es stellt sich heraus, dass jeder seine eigenen durchmachen muss? Ja, Eldar, die Seele kommt auf die Erde, um Lektionen zu lernen, die sie in früheren Leben nicht erhalten hat. Und so wurden wir jetzt hierher geschickt, damit unsere Seelen zu den notwendigen Erkenntnissen kommen. Zum Beispiel, damit wir aufhören, uns gekränkt zu fühlen, wütend zu sein, eine rosarote Brille zu tragen und so weiter. Und wenn ein Mensch glaubt, dass sich an einem anderen Ort alles ändern wird und nur die besten Noten und Applaus bekommt, sobald er anfängt, etwas zu tun, dann wird es nicht passieren. Er wird an einen anderen Ort kommen und dort wird dasselbe passieren und er wird dieselben Fehler machen, weil sie mit der Struktur seiner Psyche zusammenhängen. Und was sollte man tun, damit diese Situationen aufhören? fragte der Kerl und äußerte eine Frage, die alle interessierte. Ein Mensch muss sich selbst ändern, sagte der Mann der Schriften. Er muss sein Denken, seinen Umgang mit Problemen ändern. Wenn er sich nicht ändert, seine rosarote Brille nicht abnimmt, wird er wieder auf denselben Rechen stoßen und alles wird sich wiederholen. Das Wichtigste ist, einen Lehrer in der Nähe zu haben, der alles erklären, helfen und anleiten kann. Alle seine Fehler werden sich an jedem Ort wiederholen, wo immer er ist und was immer er tut. Aber dein Lehrer ist vielleicht nicht mehr da und das ist das Schlimmste. Dann wird der Mensch einfach schmollen, beleidigt sein, weinen, sich Sorgen machen, sich aber gleichzeitig nicht verändern. Er wird ein Dummkopf bleiben, der sich nur über sein schlechtes Leben beschwert. Gleichzeitig wird er sich rechtfertigen und denken, das Schicksal ist schwierig, die Menschen sind böse. Jeder ist schuld, außer er selbst. Er wird tausend Ausreden für sich finden, anstatt zu denken, ich bin ein Dummkopf. Damit müsste man beginnen, ich bin ein Dummkopf und ich muss lernen und schlau werden. Das ist die größte Sita, die Superkraft, die entwickelt werden muss. Der Lehrer hielt erneut inne und sah sich alle Schüler an, um zu verstehen, in welchem Zustand sie sich befanden, ob sie bereit waren, weiterzumachen und die in seinen Worten enthaltene Wahrheit zu begreifen. Lehrer, sagen Sie, wie wird man schlau? fragte eine der Schülerinnen, eine auffällige Brünette in einer hellorangenen Robe. Wie kommt man zu dem nötigen Bewusstsein, damit sich eine schlimme Situation nicht wiederholt? Der weise strich seinen kurzen Bart glatt, als würde er sich mit der Antwort absichtlich Zeit nehmen, damit die Schüler selbst darüber noch nachdenken konnten. So einfach kann man doch nicht schlau werden. Sagte er nach einer Pause und lächelte geheimnisvoll. Ein Mensch wird nur klug, wenn er schwierige Situationen durchläuft. Darin bekommt er die Möglichkeit zu wachsen und sich zu entwickeln, wenn er beginnt, an sich selbst zu arbeiten. Damit muss man beginnen. Sich nicht rechtfertigen, nicht nach Schuldigen suchen, denn das hilft nicht, sich zu ändern. Im Gegenteil, es hält einen auf dem gleichen Niveau. Man muss mit einem Bewusstsein für die Notwendigkeit des Lernens beginnen, mit einer psychischen Vorbereitung auf schwierige Situationen, mit einer Einstellung, Erfahrungen zu sammeln. So sollte ein Mensch denken. Jetzt kommen die Situationen, ich stelle mich ein, bereite mich vor und gehe sie richtig durch. Sagen Sie, wie können wir verstehen, ob wir aus der Situation die richtigen Schlüsse ziehen oder nicht? fragte ein anderer Student. Ein braunäugiger, glattrasierter Mann. Sagen wir, ich glaube, dass ich verstehe, aber was ist, wenn es nur meine subjektive Sichtweise ist? Wenn ich glaube, alles zu wissen, aber eigentlich trage ich noch immer eine rosarote Brille. Der Mann der Schriften hörte sich die Frage aufmerksam an und sandte dem Schüler strahlender Wärme und Anmut. Dafür ist ein Lehrer da, erklärte er. Derjenige, der alles erklärt und hilft aufzuwachen, Illusionen loszuwerden, rosarote oder schwarze Brille abzunehmen. Im Leben haben alle Menschen schwierige Situationen, aber es gibt niemanden, der ihre wahre Bedeutung und Bedeutung erklärt. Daher verstehen viele Menschen oft nicht, warum es passiert ist. Ein Mensch denkt, ich bin ein Genie, aber warum wurde ich wieder ausgeraubt? Warum wurde ich belogen? Wie ist es passiert? Ein Mensch versteht oft nicht, dass er immer noch dumm ist und lange lernen muss. Denn das Leben ist eine Sache und was man an einer Hochschule gelernt hat, ist absolut lebloses Wissen. Tangens, Kotangens, Logarithmen. Im wirklichen Leben gibt es nichts von dem, was er gepaukt und in Prüfungen bestanden hat. Und jetzt bleibt ihm die Last dieses leblosen Wissens und die Dummheit im Kopf. Und nichts gelingt ihm in seinem Leben. Aber was ist der Ausweg? Was muss man tun? Sich freuen, dass diese Situation entstanden ist, als der Lehrer erschien, dem man um Erklärung bitten kann. Was ist die Lektion? Und wie verwendet man diese Lektion richtig für die Entwicklung, für das Wachstum, wie man sie richtig versteht, wie man sie in spirituelle Praxis umwandelt? Hier hilft weder Pauken noch Tangens noch Kotangens. Um sich zu entwickeln, muss man an sich selbst arbeiten, seine Reaktionen, Emotionen und Gedanken ändern. Ist es möglich, es alleine, ohne einen Lehrer zu begreifen? Fragte Agatha. Es ist sehr kompliziert. Ein Mensch kann lange in einer Situation stecken bleiben und sie nicht verstehen. Es stellt sich heraus, dass alle Schwierigkeiten eigentlich gut sind, wenn man mit dieser Erfahrung richtig umgeht, sein Verhalten analysiert, Fehler findet, die wahren Bedeutungen versteht, sagte der braunäugige Mann und fasste alles zusammen, was der Mann der Schriften gesagt hatte. Warum lehnen Menschen dann Hilfe oft ab? Warum sind sie beleidigt, wenn der Lehrer oder jemand anderes sie auf Fehler hinweist? Wenn ein Mensch die Hand des Lehrers ablehnt, lehnt er die Hand Gottes ab, sagte der Weise. Kränkungen sind ihm wichtiger als spirituelle Praxis, wichtiger als Entwicklung. Deshalb muss man mutig verschiedene Situationen angehen. Ja, es wird Fehler geben. Sie sind unvermeidlich. Aber gerade die Schwierigkeiten auf dem Lebensweg sind die eigentliche spirituelle Praxis. Lehrer, was ist mit Meditationen, Gebeten? Plötzlich ertönte irgendwo von der Seite eine leise Stimme. Ist das nicht eine echte spirituelle Praxis? Die Stimme gehörte einer unauffälligen dünnen Frau, deren Kopf von einem schwarz-weißen Kopftuch bedeckt war. Diese Schülerin stand hinter allen, fast an der Wand. Es war klar, dass die gestellte Frage sie so berührt, dass sie trotz ihrer inneren Schüchternheit ein tiefes Verständnis erreichen wollte, den Kern der Wahrheit begreifen wollte. Das ist eine sehr gute Frage, Vera, ermutigte der Lehrer die Frau. Sagen wir mal, wenn wir irgendwo in der Ecke eine spirituelle Praxis machen, sitzen da und beten, das ist eine Sache. Das ist ziemlich leicht. Und wenn eine Situation eintritt, die uns zutiefst betrifft, dann tauchen negative Emotionen und schlechte Gedanken auf. Unser Ego ist in diesem Moment verletzt, die falsche Persönlichkeit leidet. Erst dann beginnt die eigentliche spirituelle Praxis. Diese spirituelle Praxis, in der wir beteten, war nur eine Vorbereitung für die richtige Wahrnehmung der wahren spirituellen Praxis. Daher ist es notwendig, im Gebet zu sagen, ich weiß, dass es einen schlechten Aspekt geben wird, dass eine schlechte Situation entstehen wird. Und anstatt mich vom Leben und von anderen Menschen beleidigt zu fühlen, negative Emotionen zu erleben, anstatt mir immer wieder schlechte Gedanken durch den Kopf gehen zu lassen, werde ich an mir selbst arbeiten. Ich werde anfangen, meinen Zustand zu übertreiben. Ich werde anfangen, mich zu desidentifizieren. Ich werde anfangen, den Lehrer zu fragen, wie ich es jetzt richtig verstehen soll. Wie ich mich ändern muss, damit diese Situation Vorteile bringt. Darüber sollte man denken. Der Mann der Schriften beendete seine Rede und für einige Augenblicke hing wieder Stille im Raum. Jetzt versuchten die Schüler, das gehörte auf sich selbst zu beziehen und verarbeiteten die erhaltenen Informationen. Der Weise teilte nicht nur Wissen, er übertrug einen Teil der Energie, wärmte alle mit seiner bedingungslosen Liebe und dies half den Schülern, die erhöhten Schwingungen der Seele zu empfangen, Klarheit und Verständnis zu erlangen. Viele hatten Funken von Einsichten in ihren Augen, aber mit der Erkenntnis tauchten natürlich weitere Fragen auf. Lieber Lehrer, sagte Agatha plötzlich, ich brauche Ihren Rat, was soll ich als nächstes tun? Jede Äußerung ist für mich von innerem Widerstand begleitet, löst heftigen Protest aus. Rational verstehe ich, dass es falsch ist, aber mit meinen Emotionen kann ich nichts tun. Sagen Sie mir, wie kann ich schnell lernen, Kritik mit Dankbarkeit und Demut anzunehmen? Du musst im Voraus bieten, wenn alles ruhig ist, um dich einzustellen, antwortete der Weise. Und wenn ein Mensch schon stark genug eingestellt ist, dann werden all diese Situationen immer Vorteile bringen und zu Wachstumsschritten werden. Er schwieg einige Sekunden und sah das Mädchen sehr ausdrucksvoll an, wandte seinen Blick anderen Schülern zu. Die richtige Einstellung ist sehr wichtig. Lieber Lehrer, wie sollen wir richtig beten? fragte Elder mit dem aufrichtigen Wunsch zu verstehen. Wie kann man sich einstellen, um Hindernisse in Wachstumsschritte umzuwandeln? Wir müssen den Herrn um Hilfe bitten, damit er in einer schwierigen Situation stärkt und aufklärt. Damit ein Mensch durch diese Situation so schnell wie möglich alles durcharbeiten kann, wofür er hier auf die Erde gekommen ist. Wenn wir uns so einstimmen, wenn wir so beten, dann wird für uns alles anders. Und wenn wir herumlaufen und nur träumen, ich bin so großartig, alle sollen mich erkennen, alle sollen mir immer applaudieren, dann wird es mit einer solchen Einstellung schwierig sein, auch nur eine Kleinigkeit zu überstehen. Ein einfacher Ärger kann sehr schmerzhaft werden, weil wir wie eine Seifenblase aufgebläht sind und plötzlich platzt diese Seifenblase. Und warum? Der Mann der Schriften erhob sich von seinem Platz und bewegte sich mit einem sanften, schwebenden Gang zum Rand der Bühne und spähte in die Gesichter der Versammelten, als ob er ihre Gedanken scannen würde. »Weil wir falsch gebetet haben?« schlug L. davor und beantwortete die gestellte Frage. Der Weise nickte. Und die Einstellung war falsch. Wir wollten das Vergnügungszentrum auf falsche Weise füttern, uns selbst erheben und preisen. Dieser falsche Weg ist sehr gefährlich. Je mehr wir uns erheben, desto stärkere Depressionen werden wir später haben, wenn wir sehen, dass wirklich nicht alles so ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Und wahres Vergnügen sind erhabene Emotionen. Liebe die Menschen mehr, sei mitfühlender, sei freundlich, sei in der Gnade Gottes, bete mehr. Hier ist es. Wahres Glück, das zur Entwicklung führt und Egoismus in uns zerstört. Je mehr wir Menschen und Gott lieben, je mitfühlender und freundlicher wir werden, desto mehr Egoismus wird in uns zerstört. Und dann stellt sich ein Glücksgefühl ein. Als der Mann der Schriften diese Worte sagte, geschah etwas Erstaunliches. Die Klänge seiner Stimme begann zu vibrieren und der Raum explodierte plötzlich mit heller, klingender Energie. Alle, die sich in der Nähe des Lehrers aufhielten, spürten einen Kraftschub und eine unglaubliche spirituelle Erhebung, ultimative Klarheit und Leichtigkeit. Sie sahen sich überrascht an und lächelten sich an. Und dann trennte sich die Gestalt eines zierlichen Mädchens mit einem bunten Schal auf den Schultern von der Gruppe der Schüler. Agatha trat einen Schritt auf den Lehrer zu, ohne ihren Zustand zurückhalten zu können. In ihren Augen standen Tränen der Freude. Danke für das Wissen, sagte sie inbrünstig. Jetzt verstehe ich. Sie versuchte sich zu konzentrieren, um ihre überwältigenden Gefühle auszudrücken, sie in passende Worte zu fassen. Wenn wieder Schwierigkeiten auftreten, wieder etwas schief geht, wenn ich wieder in den Dreck gezogen werde oder etwas Falsches gesagt bekomme, werde ich es als Praxis nutzen. Ich werde aufhören, mich zu beleidigen und in negativen Gedanken zu verharren, dass ich missverstanden wurde, dass in Wirklichkeit alles anders ist, dass die Menschen ungerecht sind, dass die ganze Welt schlecht ist. Ich werde beginnen, diese Situation für die Entwicklung, für das Wachstum zu nutzen. Ich werde beginnen, an mir selbst, meinen Schwächen, meinen Eigenschaften zu arbeiten. Die anderen Schüler verstummten und hörten den Dankesworten des Mädchens zu. Und als Agatha fertig war, explodierte die Halle mit Applaus. Es ist schwierig, die Treppe hinaufzusteigen. sagte der Mann der Schriften, als ich im Tempel relative Stille einstellte. Aber wenn es keine Treppen gäbe, wäre es völlig unmöglich, die Spitze zu erreichen. Wir brauchen diese Schritte. Er schaute die Schüler an und lächelte mit einem durchsichtigen, strahlenden Lächeln. Gesegnet sind die Hindernisse. Wir wachsen mit ihnen. So muss man es verstehen und versuchen, es anderen Menschen zu erklären, damit sie es auch verstehen. Damit sie sich freuen, wenn eine schwierige Situation entsteht und der Lehrer hilft, spirituelle Praxis zu machen, erklärt alles. Darüber solltet ihr nachdenken. Darauf solltet ihr euch einstellen. Dafür solltet ihr beten. Der Weise hielt inne, bevor die Zeilen eines prägnanten und einfachen Vierzeilers in der Halle erklangen, die sehr genau die ganze Essenz des heutigen spirituellen Gesprächs widerspiegelten. Verfluche nicht die Steine unter deinen Füßen. Hier ist die Höhe, die sich vor deinen Augen öffnet. Denke selbst nach. Wenn es sie nicht gäbe, könntest du den Berg besteigen? Wir laden Sie zu den spirituellen Seminaren, Workshops und Retreats mit den führenden Weltmeistern ein. Entfalten Sie Ihre übersinnlichen Fähigkeiten. Finden Sie Ihre Berufung und sammeln Sie persönliche Kraft für Wohlstand und die Verwirklichung von Zielen. Schreiben Sie Ich möchte zum Seminar an die Mailadresse und wir schicken Ihnen alle Informationen. Bis bald!